Der 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23 steht bevor und selbstverständlich werden wir dazu auch wieder eine kleine Prognose machen. Vorab natürlich noch ein kleiner Blick auf den letzten Spieltag. Der 18. Spieltag ist nicht ganz so geil gelaufen wie der 17., wo ich noch 8 richtige Tendenzen und 4 Volltreffer hatte. Aber 4 Tendenzen und 1 Volltreffer sind jetzt auch kein Weltuntergang. Leipzig gegen Stuttgart war am Ende sogar relativ knapp. Gladbach erstmals in dieser Spielzeit mit einem Auswärts-Dreier, wenn nicht in Hoffenheim, wo sonst? Überraschend war ein wenig der Werder-Sieg gegen Wolfsburg und bei Bayern Frankfurt hat mich zumindest das Gefühl eines weiteren Patzers nicht gänzlich getäuscht. Naja, alles in allem keine Vollkatastrophe. Am 19. Spieltag soll es jetzt aber natürlich wieder etwas besser laufen und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Und am Freitagabend wird es auch direkt mal richtig spannend. Die zuletzt recht starken Augsburger gegen Bayer Leverkusen, die am letzten Wochenende gegen Borussia Dortmund erstmals nach 5 Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken mussten. Die Werkself ist hier natürlich dennoch haushoher Favorit. Das Spiel gegen den BVB war jetzt nicht wirklich schlecht. Spannend finde ich an der Stelle, dass Augsburg bisher nur ein einziges Spiel gegen Leverkusen gewinnen konnte. Und das war in der laufenden Saison im Hinspiel. Da war die Form der Werkself natürlich noch eine ganz andere. Mittlerweile hat sich die Welt wieder ein wenig geändert. Klar ist aber auch, dass Augsburg momentan richtig schwer zu schlagen ist. Starke Leistung gegen Dortmund, Sieg gegen Gladbach und in Freiburg kann man mal verlieren. Meiner Meinung nach ist es nicht ausgeschlossen, dass die Werkself hier vielleicht nochmal Punkte liegen lässt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man sich die Punkte aus dem Hinspiel zurückholt und deswegen tippe ich auf ein knappes 1 zu 2 für Leverkusen. Sollte es anders ausgehen, wäre ich aber nicht völlig überrascht. Denn wie gesagt, der FCA ist in der momentanen Verfassung ein tückischer Gegner. Kommen wir zum meiner Meinung nach Topspiel des Samstags. Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Der vierte gegen den fünften zwei Mannschaften im direkten Kampf um die Champions League Plätze. Nach dem 0 zu 6 Horrorstart gegen Wolfsburg hat sich der SC mit einem 1 zu 1 gegen Frankfurt und einem 3 zu 1 gegen die Augsburger wieder zurückgemeldet. In Dortmund wird es jetzt allerdings wieder richtig schwer, denn der BVB konnte seit dem Bundesliga-Restart die volle Punkteausbeute einfahren. Ja, die Spiele gegen Augsburg und Mainz waren alles andere als souverän, aber gerade die Leistung gegen Leverkusen hat gezeigt, wie groß noch immer das Potenzial des Kaders ist. Und gerade zu Hause ist der BVB immer eine Macht. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die diesen Umstand öfter mal zu spüren kriegt, dann ist das der SC Freiburg. Seit 2001 konnten die Breisgauer nicht ein einziges Spiel beim BVB gewinnen und gerade die letzten Spiele in Dortmund waren aus Freiburger Sicht richtig katastrophal. 5 zu 1 und 4 zu 0 musste man sich zuletzt geschlagen geben. Die beste Chance für Freiburg sehe ich in ihrer größten Stärke, nämlich die Standards. Da werden die Dortmunder auf jeden Fall wachsam bleiben müssen. Aber auch wenn Freiburg potenziell die Mannschaft ist, die die Dortmunder Schwäche vermeintlich am besten nutzen könnte, glaube ich, dass es hier eher nicht dazu kommen wird, Punkte mitzunehmen. Zum einen zeigt sich der BVB von Spiel zu Spiel verbessert bei Standards, zum anderen ist die Bilanz in Dortmund einfach zu katastrophal. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich auch diesmal nicht allzu viel daran ändern wird und tippe auf ein 3 zu 1 für den BVB. Union Berlin gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Eisernen haben, wie der BVB, einen perfekten Start hingelegt. 9 Punkte aus 3 Spielen, inklusive das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg. Die Mainzer auf der anderen Seite konnten zuletzt an ihrem Heimfluch arbeiten und haben den VfL Bochum mit 5 zu 2 nach Hause geschickt. Im DFB-Pokal musste man sich dann allerdings der geballten Wut des FC Bayern ergeben und jetzt wartet der nächste dicke Brocken. Über die Favoritenrolle brauchen wir hier, denke ich, nicht großartig zu diskutieren. Was Union Berlin diese Saison abzieht, ist einfach nach wie vor geisteskrank. Vor der Winterpause ging den Eisernen aufgrund der vielen englischen Wochen etwas die Puste aus, aber jetzt ist man wieder voll ausgeruht und im Modus Attacke. Und gerade in der alten Försterei gibt es bei Union in der Regel sowieso nicht allzu viel zu holen. Aber Obacht, Mainz ist abgesehen vom Spiel gegen den FC Bayern in echt solider Form. Ich würde hier Stand jetzt von einem umkämpften Spieler ausgehen. Am Ende, denke ich aber, wird sich Union Berlin mit 2 zu 0 durchsetzen. In der aktuellen Form ist die Eisernen Festung einfach kaum einzunehmen. Der 1. FC Köln gegen RB Leipzig. Hier ist für mich Leipzig der klare Favorit. RB knüpft bisher genau da an, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben. Aber auch Köln hat mich bisher positiv überrascht. Erst Kantersieg, dann Punkt in München. Klar, der ein oder andere wird vermutlich enttäuscht sein, dass man ausgerechnet auf Schalke nicht gewonnen hat. Aber dort kämpft man gerade ums nackte Überleben und natürlich kriegt man dort auch keine Punkte geschenkt. Von daher denke ich, dass man gegen RB wieder voll angreifen und ein unangenehmer Gegner sein wird. Die große Frage ist halt, ob das auch reicht, um Punkte zu holen. Naja, zumindest ist es mal so, dass sich RB Leipzig auswärts teilweise richtig schwer tut. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier auf ein 1 zu 1 Unentschieden zu gehen. Ich traue dem FC hier auf jeden Fall zu, die Leipziger zu ärgern. Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC und hier mache ich es mal kurz. Die alte Dame ist für mich gerade in einem katastrophalen Zustand und meiner Einschätzung nach auch einer der heißesten Abstiegskandidaten. Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge und auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die Hertha kämpfen wird, rechne ich in der aktuellen Verfassung nicht damit, dass man in Frankfurt etwas holen wird. Deswegen mein Tipp 1 zu 0 für die SGE. Und ja, ich weiß, Eintracht Frankfurt tut sich zu Hause traditionell extrem schwer gegen die Hertha. Und das Level aus der Hinrunde ist bis jetzt auch noch nicht erreicht. Aber in der aktuellen Verfassung, wie gesagt, fällt es mir einfach verdammt schwer auf die Hertha zu setzen. Und jetzt wird es witzig. Der VfL Bochum gegen die TSG 1899 Hoffenheim die große Chance, Bochum sehr wichtige Punkte einzufahren und sogar mit Hoffenheim gleichzuziehen. Das bedeutet also gleichzeitig auch, sollte die TSG hier verlieren, dann ist man punktetechnisch offiziell im Abstiegskampf angekommen. Mittlerweile ist Hoffenheim seit 8 Spielen ohne Sieg und in Bochum wird es definitiv nicht einfacher. Der VfL hat seit der Übernahme von Thomas Letsch alle bisherigen 4 Heimspiele gewonnen und mittlerweile wieder gute Chancen dem Abstieg zu entgehen. Bei diesem Spiel rechne ich aber in jedem Fall mit einem richtigen Kampf. Alles andere wäre gerade aus TSG Sicht ein absolutes Armutszeugnis. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier viele Tore fallen könnten. Ich tippe auf ein 3 zu 2 für den VfL Bochum. Die Teilfahrt der TSG könnte an diesem Spieltag ihren Höhepunkt erreichen. Kommen wir zum Topspiel. Gladbach gegen Schalke. Auch hier kann es richtig interessant werden. Die Schalker haben zum Ende der Transferperiode nochmal zuschlagen können und jetzt doch noch einen Kader zusammenbekommen, mit dem Thomas Reis vernünftig arbeiten kann. Hinzu kommt, dass man sich auch auf einige Rückkehrer aus Verletzungen freuen darf. Und auch das Spiel beim 1. FC Köln dürfte den Anhang auf Schalke wieder etwas positiver gestimmt haben. Auch wenn es am Ende dennoch erneut nicht zum Dreier gereicht hat. Die Chancen, das vermeintlich Unmögliche möglich zu machen, sind gefühlt ein gutes Stück gestiegen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die Borussia richtig fordern wird. Klar ist aber auch, dass die individuelle Qualität der Gladbacher der der Schalker deutlich überlegen ist. Von daher wäre ein Punktgewinn im Borussia-Park, trotz der zuletzt gezeigten Leistungssteigerung, eher eine Überraschung. Ja, Schalke zeigt phasenweise sehr gute Ansätze, aber ich sage es immer wieder, in der Endabrechnung werden die Punkte gezählt. Und die werden auch in Gladbach wieder extrem schwer zu holen sein. Hinzu kommt, dass sich die Borussia im letzten Spiel in Hoffenheim wieder gefangen hat und wichtiges Selbstvertrauen tanken konnte. Ich gehe hier auf ein 3 zu 1 für Borussia Mönchengladbach. Der VfB Stuttgart gegen den SV Werder Bremen. Die Veteraner konnten am vergangenen Spieltag nach vier Niederlagen in Folge endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Und das ausgerechnet gegen den bis dahin zehn Spiele ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Ich denke, damit haben vermutlich nicht allzu viele gerechnet. Aber es zeigt halt auch, dass Werder Bremen nach wie vor in der Lage ist, richtig guten Fußball zu spielen. Die Krise ist somit zumindest mal vorerst überwunden. Der VfB auf der anderen Seite kämpft weiterhin damit, Ergebnisse einzufahren. Der Fußball und das generelle Potenzial ist für mich nicht so schlecht, dass man im Abstiegskampf stecken müsste. Aber so ist es jetzt nun mal. Ein kleiner Nachteil an der Stelle könnte auch sein, dass der VfB unter der Woche im Pokal beim SC Paderborn ran musste. An sich sehe ich hier aber ein Spiel ungefähr auf Augenhöhe, wo am Ende unter Umständen Kleinigkeiten den Ausgang entscheiden könnten. Ich würde hier auf einen knappen Heimsieg für den VfB gehen. Spielerisch steigert man sich derzeit von Spiel zu Spiel und es wird jetzt langsam mal wieder Zeit für einen Dreier. Mein Tipp 2 zu 1 für Stuttgart. Zu guter Letzt nochmal ein vermeintliches Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Die Bayern hatten keinen guten Start. Drei unentschiedene in Folge sind natürlich nicht der Anspruch des deutschen Rekordmeisters. Entsprechend laut waren auch die Kritiken der Medien. Aber Bayern macht Bayern Sachen, sie verpflichten zum Ende des Transferfensters mit Cancelo einfach mal einen der besten Außenverteidiger, die es so gibt. Und dieser schlägt dann im Pokal gegen Mainz auch direkt mal ein. Und Bayern gewinnt mit 4 zu 0. Gut möglich, dass damit auch das Ende der unentschieden Serie in der Bundesliga eingeleitet wurde. Außerdem sind die Bayern gerade gegen Wolfsburg in der Regel in Torlaune. Nicht selten gibt es hier für den VfL auch mal richtig auf die Mütze. Ich persönlich hätte es ja richtig spannend gefunden, wenn Wolfsburg die ungeschlagen Serie bis hierhin durchgezogen hätte. Aber zuletzt musste man sich nach 10 ungeschlagenen Spielen mit 2 zu 1 in Bremen geschlagen geben. Und auch im Pokalkracher bei Union Berlin ging man erneut als Verlierer vom Platz. Folgt die Reaktion jetzt ausgerechnet gegen die Bayern? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Irgendwas sagt mir, dass die Bayern jetzt wieder den Turbo anwerfen werden und in Wolfsburg zurückschlagen. Mein Tipp 3 zu 1 für den FC Bayern München. An der Stelle jetzt wie immer die Frage an euch. Was glaubt ihr, wie werden die Partien am 19. Spieltag ausgehen? Schreibt mir gerne mal eure Tipps, Meinungen und Prognosen zum kommenden Spieltag in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball.